Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans und wir haben eine absolute Premiere. Wir haben Rathaus Level 8, wir haben einen interessanten Clan-Warn geformt und wir haben keine Balken rechts und links. Warum? Ansonsten ein iPad in Rot, jetzt ein iPhone in Rot. Marie hat aufgeschlossen, was die Technik angeht und ihr könnt mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich es so besser finde, dass ihr keine Balken am Rand habt. Dann würde ich nämlich in Zukunft auch alle Rathaus Level 8 Videos vom iPhone machen, sodass es, ja, schönes 16 zu 9 ist, ohne irgendwelche schwarzen Biken am Rand. Weil iPad, ihr wisst das, hat noch eine 4 zu 3 Auflösung. Und es wird interessant, ähm, mit Tralunien, ähm, 6 Drachen, 12 Loons und 10 Minions. Und in der Clan-Burg haben wir nochmal 5 gemakste Loons. Und als Zauber, da habe ich jetzt spontan umgeschwitzt, 3 Wut, da waren 3 Blitze drin. Und wir müssen gegen Rathaus 9er gehen, also es wird richtig knackig. Ähm, im Clan war 48, 28 steht's, auch wenn insgesamt 9 Angriffe mehr benutzt wurden. In 4,5 Stunden läuft das Ganze noch, sieht, glaube ich, insgesamt schon ganz gut aus. Ihr seht hier in, in Anführungszeichen, meinem Clan können noch einige aus dem oberen Bereich angreifen, im gegnerischen Clan zwar auch, aber haben unten auch ein paar gelieft, also scheint nicht so eine starke Gemeinschaft zu sein. Von daher denke ich, geht was. Und jetzt greift sich jemand unsere Nummer an, die Nummer 19. Und jetzt bin ich mal böse und wir sagen mal, wir drücken die Daumen, ähm, dass das keine 3 Sterne werden, weil genau den wollten wir probieren. Aber ist perfekt, dann können wir den schon mal hier planen. Wir sehen, was in der Clan-Burg drin ist. Wir sehen, dass wir hier 4 Luftabwehr-Einheiten haben. Ganz klar, ist Rathaus Level 9. Ich wollte hier von dieser Breitseite kommen. Aus die Drachen, dann die Loons, dann die Minions. Und die mit 3 Wut über die Base pushen. Was natürlich gefährlich ist, sind die 4-fache Luftabwehr-Einheiten. Vielleicht macht es auch mehr Sinn, von der anderen Seite zu kommen. Ich weiß es noch nicht. Ähm, X-Bow ist auch auf Luft eingestellt. Zwar noch auf Level 1, aber wir schauen mal. Er macht es hier mit Golem-Wizard-Pekka. Und ich behaupte es einfach mal ganz frech, es werden keine 3. Auch wenn er, ähm, 10er Helden und 11er Queen hat. Und 4 Spells, also als Rathaus Level 9er. Golem auf Level 3. Hier der erste Heal. Ähm, ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Hätte ich da noch nicht gezündet. Für die Golems. Oder was heißt gezündet, noch nicht genutzt. Und die Packers müssen hier eigentlich reinziehen, weil es die Außengebäude wirklich weit und breit keine gibt. Ähm, Jump hat da keinen dabei. Mauerbrecher hat er noch. Und die kommen jetzt hier. Und wenn alles glatt läuft, den kommen wir mit dem Wut, brechen die hier wunderschön ins Zentrum frei. Alles hat er gut gemacht. Aber die Packers ziehen jetzt raus. Und vielleicht werden es am Ende doch 3. Wäre dann für uns natürlich umso bitterer. Dann müssten wir nochmal eine Nummer weiter hoch. Aber wir schauen mal. Er kann Queen und King beide noch zünden, ne. Hat hier, ähm, gemaxste Magier aus der Glamburg. Zündet ihr den nächsten Heal? Den hätte man ein bisschen weiter reinsetzen können. Dann hätten die Packers mehr von gehabt. Weil jetzt ploppt mir die Teslas. Die aber verhältnismäßig unterlevelt sind. Also, ich muss ehrlich sagen, ich kann den Levels nicht zu 100% auswendig. Und wir machen hier mal ein trauriges meine Nummer. Und machen so ein. Ding schreibt, es werden keine 3. Aber ich denke, das könnten schon 3 werden. Also, er kann immer noch beide Heldenfähigkeiten zünden. Ich denke, das sollten 3 werden. Das hat ein Barbarenkönig gezündet. Zeittechnisch eine Minute noch. Hier unten ist alles weggeräumt. Es gibt nur noch die Gebäude. Ähm, hier oben. Das werden 3. Die Queen kann dann nämlich auch noch zünden. Easy 3. Und ich schreibe es Voltgrad angreifen. Ärgerlich. Muss man so sagen. Marf, meines wird zeittechnisch knapp. Ja, das kann durchaus sein. Hier unten. Ja, das werden keine 3. Nein, das werden keine. Da habe ich mich jetzt auch verzockt. Da reicht die Zeit nicht. Ihr müsst in das Goldlager hier noch rein. Ähm. Und hier auch noch das Dunkle. Das werden nur 2. Und ich denke, ich werde es auch nicht besser machen können. Wir probieren gleich unser Glück. 15 Sekunden. Jetzt kommt die Frage. Die Queen kommt noch. Die können sich oben... Oh, das wird ganz knapp. Das wird ganz knapp. Das wird ganz, ganz knapp. Und hier dran wird die Queen scheitern. Nein. Eieiei. Am Lage für das Dunkle Elixier. Dann schauen wir mal, ob wir es besser machen. Ich glaube nicht. Aber wir probieren es. Also, wir schauen uns dann nochmal, von wo wir kommen. Vierfache Lufteinheit ist halt immer so eine Sache. Die mittigste... Also, hier haben wir zwei, die recht weit außen sind. Und hier sind zwei, die mittiger sind. Nein, nach Hause wollte ich nicht. Das spähen wir gleich nochmal. Das... Da... Ich jetzt selber ein bisschen... Willkommen im 99er-Club. So, wir geben ihm schade. Als aufbauende... Als aufbauende Worte. Ah, von wo soll ich denn kommen? Kürzeste Weg zur Luftabwehr, die Loons. Doch, wir machen hier die Breitseite. Ich riskiere es einfach mal. Äh, bin in der Taktik komplett unerfahren. Weiß gar nicht, ob ich die überhaupt schon mal gemacht habe. Aber Drachen, Loons, Minions. Das ist die Reihenfolge. Wir fangen mit den Drachen an. Machen dahinter die Loons. Äh, machen den Barbarenkönig. Und warten dann ein bisschen. Hier zur Luftabwehr, den ersten Wut. Und jetzt machen wir die Minions als letzte Welle. Also insoweit alles gesetzt. Und schauen mal. Hier machen wir den nächsten Wut. Jetzt gibt es den Clambook-Clambook-Fight. Ne, das wird gar nichts. Das schaut richtig übel aus. Barbarenkönig nicht gezündet. Naja, so kann man es auch versemmeln. Also das ging überhaupt nicht. Wir haben hier oben zwar noch zwei Dragon. 50 Prozent, wenn es glatt läuft, werden es hoffentlich noch, ähm, dass es hier noch den Bonus gibt. Aber da sieht man mal, wie man sich verzocken kann. Also da sind dann drei Luftabwehrinheiten noch ein bisschen arg stark. Die Loons können hier nichts machen. Und die Hoffnung liegt jetzt am Dragon, dass der zumindest noch die 50 Prozent sicher ist. Also da war der Angriff gerade deutlich, deutlich, deutlich knapp. Man muss natürlich auch sagen, er war ein Rathus-Level-9er. Aber ja, wir haben keine gemaksten Loons. Und jetzt ist die Frage. Witzigerweise genau das, das Gebäude, was gerade die, ähm, 99 Prozent war, ist jetzt das Gebäude, was uns hier die, ähm, 50 Prozent saved, ähm, diese eine Dragon. Aber ihr habt gesehen, es wurde zwar hier schon was weggeräumt, aber es ging wirklich sehr, sehr schnell, dass alles down war. Also Satz mit X, äh, muss man, muss man, muss man ganz klar so sagen. Äh, muss man ganz klar so sagen. Ähm, ich mache hier mal ein langgezogenes Fast. Äh, Fast, da kann niemand was mit anfangen, so rum. Ähm, so. Also das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber, ja, jetzt haben wir zwei Angriffe noch mehr. Und die haben keine Stande dazu gebracht. Das ist natürlich super optimal. Wenn wir generell mal so durchscrollen. Eine Two-Star von Lieblieb. Sehr, sehr nice. Oben auf die Eins, auf die Zwei getustert. Die Vier, da kann noch was geholt werden. Hier haben wir ein paar One-Stars. Bei der Elfen Two-Star, der sollte noch aufgeräumt werden. Und hier haben wir einen schönen Three-Star auf die 15 von Zelly, der ja bei uns im Kleinen war und hier gerade bei Brennerchen 2.0 ein bisschen auslöpft. Hier haben wir nochmal einen Two-Star. Den Namen kann ich ehrlich gesagt gar nicht ganz lesen. Und unten haben wir ganz unten noch einen Three-Star. Marie, Zelly hat eine gute Base für dich. Eigentlich gegen alles. Okay, später mal checken. Die Jungs wissen gar nicht, dass ich das bin. Das werden sie dann spätestens sehen, wenn das Video online ist. Ne, ich würde mal sagen, wir schauen uns, ähm, ich finde so High-Elo-Angriffe in Anführungszeichen immer ganz nice. Eine Two-Star auf die 1 ist wirklich nicht zu verachten. Äh, mit Golem Wizard Pekka Witches. Okay. Schauen wir mal, von wo er kommt. Hier mit dem ersten Golem. Er ist eine 30er, 33er Helden Base. Und vieles max. Also es ist wirklich vieles gemax. Kanonen sind gemax, Bogentürme, X-Bows. Ähm, ich schaue gerade, ob überhaupt was nicht gemax ist. Ich glaube, das ist verteidigungstechnisch, wenn man es die Mauern und Helden außer Acht lässt. Äh, eine gemaxste Eternal 10 Base. Natürlich lieblieb, kann man sagen. Hat auch gemaxste, ähm, Spells und Truppen. Aber keine Helden. Helden ist er mit 24 und 25. Und er macht jetzt die Packers. Zum schönen Zeitpunkt, wo sie wirklich genau ins Zentrum, ähm, reinhüpfen. Gibt hier den ersten Freeze auf Minenwerfer, X-Bow und Inferno. Die Clanbook, Loons werden verhältnismäßig schnell runter. Packers sind in diesem Moment in der Mitte. Und jetzt wird er, denke ich, gleich nochmal einen Wut draufhauen. Und wird den Inferno hinten freezen. So, dass die sich beim Rathaus richtig austoben können. Genau, da war der Wut. Mit dem Freeze wartet er noch ein bisschen. Der kommt jetzt im hinteren Bereich auf X-Bow und Inferno. Und nochmal auf die Minenwerfer. Also auch der hat wunderschön gesessen. Und das Zentrum wurde jetzt hier wirklich easy geklärt. King hat er gezündet. Ist jetzt da umgegangen. Jetzt kann man auch noch die Queen zünden, was er richtig gemacht hat. Was ich beim Angriff verpennt hatte. Ähm, und da muss man wirklich sagen, wunderschön. Also ein richtig schöner 2-Star kann natürlich auch ein bisschen an der Base liegen. Dass man hier verhältnismäßig, sag ich mal, leicht in die Mitte reinkommt. Was ja wirklich oft nicht so leicht ist. Schauen wir mal auf die, ähm, Screenshot von der Base. Marie, die H9-Killerin. Naja, fast. Ich werde immer mit Schweinenge-3-Start. Schauen wir mal meine Base. Dann schauen wir doch mal die Base. Vom Jonas an. Forever Brenner 2.0. Haha. Nice. Nice one. Und jetzt, ähm, komme ich aus meiner Deckung. Und sag. Und das im Video. Mal schauen, was die Boys dann sagen. Und das im Video. So. Perfekt. Also. Nice one würde Marie zum Beispiel auch nie sagen. Dann schauen wir uns doch noch zum Abschluss den 3-Star vom Zenny an. Auf die 15. Ähm. Eine interessante Bit-Taktik. Wir haben hier Loons und wir haben hier Schweine. Gegen eine mittelmäßige Rathos 9 Base. Er fängt hier oben, äh, mit Loons an. Räumt hier die ersten Verteidigungsgebäude weg. Macht unten genau das gleiche. Einfach für die Schweine schon mal ein bisschen Platz schaffen. Dass die dann, ja, schneller ins Zentrum reinziehen. Also ihr seht so Loons. Gemaxe die Luftabwehr ist halt hier wunderbar mittig, sodass die Loons sich außen verhältnismäßig lange austoben können. Und mit dem ganzen Loons, der hier am Start hatte, hat er eigentlich den kompletten äußeren Verteidigungsring fast down bekommen. Wir haben hier die zwei Bogentürme. Denke ich sollten die Loons jetzt auch noch down bekommen. Ein Minenwerfer könnte eng werden, aber mit dem Sturzschaden sollte das hinhauen. Ja, und wir haben hier nur noch drei Kanonen außen und zwei Minenwerfer. Und sonst, ähm, ist alles schon mal nur noch im Zentrum. Und jetzt bin ich gespannt, wo er gleich wiederkommt. Er hat aber auch noch einen Jump dabei. Das heißt, wahrscheinlich ist auch noch ein Golem in der Clanburg. So ist es. Ein gemaxster Golem kommt hier raus. Mal schauen, was er mit den Mauerbrechern macht. Erste Mauer freigesprengt. Wahrscheinlich wieder ist die nächste Mauer. Clanburg ist hier auch noch am Start. Er kommt mit 16er und 18er Helden hinterher. Und jetzt denke ich, kommen noch mal die Mauerbrecher, bevor er den Jump nimmt. Jetzt kommen mal Loons aus der Clanburg hier oben. Hat er noch mal Loons zum Austoben. Der ist dann aber down gegangen. Jump kam. Golem nutzt ihn. Bei Bahnkönig hat er gezündet. Die Queens kümmert sich jetzt um die Loons. Und schaltet die aus. Golem geht ganz in die Mitte. Und man darf nicht vergessen, es sind immer noch 20 Schweine und 3 Heels in der Hinterhand. Und jetzt kommt er mit den Schweinen. Von hier rechts oben im Prinzip hinter Golem und Queen. Und von links kommt er auch noch mal. Okay, von beiden Seiten. 1. Die Heel ist rechts getroppt. 2. Die Heel ist links getroppt. Und ich denke mal, den 3. Die Heel wird er dann in die Mitte reinhauen, wenn da die Schweinen ankommen. Hier unten haben wir eine Riesenbombe. Wurde durch den Magi ausgelöst. Und hier haben wir den 3. Die Heel. Und ja, auch hier toben sich jetzt die Schweine wunderbar aus. Queen ist immer noch am Start. Er kann es immer noch zünden. 2 Mauerbrecher sind übrig geblieben. Hier eine Riesenbombe, die die Schweine zwar stark, sag ich mal, in Mittlereidenschaft zieht, aber eben nicht ausschaltet. Das tun nur die Doppelriesenbomben und der 5er Golem ist hier immer noch am Start. Queen gezündet. Ein paar Minions hat er noch dabei gehabt, die sich auch nicht zu verachten, was Außengewäude angeht. Hier unten. Ja, 50 Sekunden waren es am Ende noch. Da toben sich jetzt die Schweine aus. Die Queen geht aufs Rathaus. Man muss sagen, eine, ja, kann man fast sagen, Hybrid-Taktik. Also nicht nur zwei Sachen kombiniert, sondern wirklich drei. Zelle hat bei uns auch schon häufig wirklich gute Three-Stars gemacht. Die Base war es ja so mittelmäßig, sag ich mal. Aber man muss wirklich sagen, ein richtig schöner Angriff, ein richtig schöner Three-Star. Könnt ihr mal sagen, ob ihr euch schon mal an sowas dran getraut habt. Jo, dann würde ich mal sagen, das war die erste Folge hier mit weißem iPhone in roter Case. Also die Farbe bleibt gleich hier im iPad. Für mich ungewohnt, da es alles ein bisschen kleiner ist. Aber ich denke, zum Zuschauen deutlich angenehmer, weil es eben keine schwarzen Biken gibt. Ihr dürft mir dazu auch gerne natürlich eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, dass euch die Felge, Felge? Die Felge, nein, die Folge gefallen hat. Auch wenn mein Angriff nicht ganz geklappt hatte. Pepsi hatte so ausgebildet. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ging in die Hose immerhin noch die 50%. Sodass, wenn es hier ein Secret 726.000 Bonus gibt. Ihr dürft mir gerne einen Daumen hoch da lassen, wenn ihr wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, morgen Abend um 18 Uhr. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.